Viele tausend Rückmeldungen kamen zu uns von Menschen, die diesen Film gesehen haben. Und manche sind so ergreifend, ich möchte Ihnen einfach kurz etwas vorlesen. Da ist einer, der sagt, ein wunderbarer Film mit viel Kraft. Es geht direkt ins Herz und heilt die Seele. Ein anderer schreibt, am Morgen konnte ich ganz schnell aufstehen und leichtfüßig die Treppe rauf und wieder runterlaufen. Ohne Schmerzen. Und noch eine Stimme möchte ich hier zu Wort kommen lassen. Der Film lässt mich völlig neu inspiriert in die Zukunft gehen. Danke.